Unsere Themen am Freitag Kriminalitäts- und Unfallbilanz für 2014 veröffentlicht Viel Betrieb auf den Internetseiten der Stadt Cottbus Und die Qual der Wahl beim Lausitzer Lächeln Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell Der Zukunftstag für Mädchen und Jungen Am 23. April in der Agentur für Arbeit Cottbus Mit Informationen rund um Ausbildung und Studium bei der Agentur für Arbeit Lernen oder Studieren bei der Arbeitsagentur Karrieremöglichkeiten werden praxisnah vorgestellt Die Agentur für Arbeit Cottbus bietet Vorträge zur Berufsausbildung und zum dualen Studium Gespräche mit Auszubildenden und Studierenden der Arbeitsagentur Eine Führung für Ausbildungs- und Studieninteressierte durch das Haus mit einem Besuch im Servicecenter Informationen zum Bewerbungsverfahren und Assessment Center und vieles mehr Nutzen Sie die Chance am 23. April ab 8.30 Uhr Weitere Informationen erhalten Sie bei der Agentur für Arbeit Cottbus Bahnhofstraße 10 oder unter Telefon 0800 4 4 mal die 5 00 Das Team der Agentur für Arbeit freut sich auf Ihren Besuch Guten Abend und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Freitag Die Fotofilme sind voll, die Ordnungsstrafen verhängt und die meisten Blitzer wieder verschwunden Um Mitternacht ging die erste europaweit gemeinschaftlich durchgeführte Geschwindigkeitskontrolle zu Ende Auch in Cottbus und in Südbrandenburg wurde fleißig geblitzt Wie immer fuhren die meisten vernünftig, aber natürlich gab es wieder die schwarzen Schafe Trotz großem Medienrummel waren 123 Fahrer zu schnell unterwegs Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer, der in der Dissinchener Straße statt Der erlaubten 30 kmh mit 70 kmh unterwegs war Ihn erwarten eine Geldbuße von 160 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot Am heutigen Nachmittag wurde auch die Kriminalitäts- und Unfallstatistik für das vergangene Jahr veröffentlicht Auch hier gab es Licht und Schatten Grenzkriminalität ist gerade in unserer Region ein großes Problem Die Straftaten haben im letzten Jahr im Spreeneiße-Kreis wieder zugenommen Die Zahl der Kriminalitätsfälle ist von rund 19.000 auf 22.000 gestiegen Vor allem Fahrraddiebstähle nehmen immer weiter zu Fahrräder, die entwendet werden, haben inzwischen einen relativ hohen Wert Sehr viele Bürger in Brandenburg kaufen sich inzwischen Fahrräder, die 400, 500, 600 Euro oder sogar mehr kosten Diese Fahrräder sind sehr, sehr leicht zu entwenden, weil sie häufig mit einfachen Fahrradschlössern gesichert werden Sie sind sehr leicht zu Geld zu machen Das ist also der Grund, weswegen sie sehr gerne entwendet werden Im Vergleich zum Land ist der Anteil der Diebstähle ziemlich hoch Im letzten Jahr wurden 872 Fahrräder mehr gestohlen als in 2013 Dabei spielt vor allem die Beschaffungskriminalität eine große Rolle Die Droge Crystal Meth ist immer weiter verbreitet in der Region Um sich dieses Gift zu beschaffen, begehen vorrangig junge Erwachsene Straftaten im grenznahen Raum Das bedeutet, diese Personen leben davon, dass sie Straftaten begehen, um ihren Crystal Meth Konsum zu finanzieren Sie müssen wissen, ein Gramm Crystal kostet zwischen 50 und 80 Euro Und es gibt Crystal Meth Konsumenten, die bis zu 2000 Euro im Monat benötigen, um ihren Konsum zu finanzieren Einen positiven Trend gibt es aber Die Zahl der Verkehrsunfälle ist um 232 gesunken Unfallursache Nummer 1 ist und bleibt immer noch wild Laut Statistik verursachen aber mehr Senioren als Jugendliche Unfälle Der innenpolitische Sprecher der Brandenburger CDU-Fraktion Björn Lackenmacher Kritisiert die gegenwärtige statistische Auswertung von Straftaten Und beruft sich dabei auf Recherchen des Politmagazins Klartext Danach werden Straftaten in Brandenburg auch weiterhin abweichend von den bundeseinheitlichen Vorgaben erfasst Die Kriminalitätsstatistik der vergangenen zwei Jahre sei daher unglaubwürdig und kann nicht Basis einer ehrlichen Überprüfung der Polizeireform sein, so Lackenmacher Der FC Energie absolviert derzeit eine sogenannte englische Woche Das heißt ein Spiel am Mittwoch und am Samstag darauf gleich das zweite Das Pokal-Halbfinale hat die Mannschaft schon mal erfolgreich absolviert Die nächste Aufgabe dürfte aber weitaus schwieriger werden Der Sieg im Halbfinale gegen Babelsberg 03 hat Energie Cottbus neue Hoffnung gebracht Auch wenn es in der Tabelle ein wenig hakt, zumindest liegt der Pokal in greifbarer Nähe Doch nun ist wieder Liga-Alltag angesagt Als nächstes muss am Samstag das Spiel gegen den Dritten der Tabelle bestritten werden Dann trifft der FC Energie Cottbus wieder auf den alten Kontrahenten MSV Duisburg Im Hinspiel konnten die Cottbusser hier mit einem 2 zu 0 drei Punkte holen Doch in Sachen Heimspiele sind die Duisburger besonders stark In Duisburg standzuhalten ist nicht ganz so einfach Wir haben noch kein Heimspiel verloren Wir sind im Moment aktuell in einer sehr guten Verfassung Wir sind Dritter in der Liga Und trotzdem fahren wir nach Duisburg, um was zu holen Das ist ja gar keine Frage Wir würden auch, sollte es in Duisburg relativ gegen Ende des Spiels noch unentschieden stehen Volle kann auf Sieg spielen Also Doppelbelastung hin oder her Stefan Krämer will die drei Punkte Und letztlich vielleicht doch noch dahin, wo Duisburg jetzt ist, auf den Relegationsplatz Nach einem LR-Bericht wurde gestern am Landgericht das Urteil gegen zwei Männer gesprochen Die wegen Hehlerei, gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr angeklagt waren Die Männer hatten am 8. Juli vergangenen Jahres versucht, gestohlene Autos über die Grenze nach Polen zu bringen Dabei durchbrachen sie eine Polizeikontrolle, wendeten auf der Autobahn und rammten mit voller Absicht zwei Polizeifahrzeuge Dabei wurden drei Beamte verletzt Der Haupttäter wurde zu vier Jahren und sechs Monaten, der zweite Angeklagte zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt Und nun weitere Kurznachrichten aus Cottbus und dem Umland Neue Programmbelegung Am 22. April ändert der Kabelnetzanbieter Telekolumbus seine Programmbelegungen Manche öffentlich-rechtliche Sender wechseln lediglich ihren Programmplatz Einige andere Sender können nach der Umstellung nur noch in digitaler Qualität empfangen werden Am Tag der technischen Umstellung kann es zu kurzzeitigen Unterbrechungen der Fernseh- und Radioversorgung kommen Um danach wieder alle Sender empfangen zu können, wird ein Programmsuchlauf empfohlen Statisten für die Sagennacht gesucht Für die Spreewälder Sagennacht vom 22. bis 24. Mai werden immer noch Statisten für das Hauptprogramm gesucht Morgen früh um 9.30 Uhr leitet dazu ein Stuntkoordinator einen Einführungsworkshop auf dem Bürger Schlossberg Weitere Interessenten sind willkommen, man sollte allerdings mindestens 18 Jahre alt sein und Zeit für die abendlichen Proben mitbringen Einige Statisten werden auch für Kampfszenen benötigt, körperliche Fitness wird dementsprechend vorausgesetzt Steigende Zugriffszahlen Die Internetseite der Stadt Cottbus wird täglich von 3000 unterschiedlichen Nutzern angesteuert Tendenz steigend Am häufigsten genutzt werden der Veranstaltungskalender und das Stadtverordneten Informationssystem Außerdem lassen sich auf der Seite Termine für das Bürgerbüro und die Kfz-Zulassungsbehörde online vereinbaren Ziel für dieses Jahr soll demnach ein neu gestaltetes Layout sein, sowie die bessere Nutzbarkeit für mobile Geräte Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Kurzbund, führt in der Cottbuser Innenstadt wieder eine Mitgliederwerbung durch Die Aktion beginnt am Montag und endet am Samstag An verschiedenen Ständen wird für eine Unterstützung der Umwelt- und Naturschutzarbeit des Bundes geworben Dabei sollen Menschen gezielt angesprochen und auf die Arbeit des Verbandes aufmerksam gemacht werden Der Bund Brandenburg wurde 1991 gegründet und hat heute rund 3.100 Mitglieder Er finanziert sich größtenteils über Mitgliedsbeiträge und Spendengelder Mehr Infos über den Verband finden Sie unter bund-brandenburg.de Wer schon jemals in einer Jury gesessen hat, weiß, die Aufgabe macht Spaß Leicht ist sie dennoch nicht Denn wer kann sagen, das ist das schönste Lächeln der Lausitz, wenn die ganze Lausitz lächelt Heute Vormittag wurde in der Spreegalerie besonders genau hingeschaut Fünf Juroren hatten einen Auftrag, sie sollten das schönste Lächeln der Lausitz finden Seit Anfang März konnte jeder sein bestes Foto einreichen Die Konkurrenz ist groß, mehr als 1000 Lausitzer haben mitgemacht Da einen Sieger zu finden, kann schon mal schwierig werden Also ich gucke ganz persönlich so nach spontanen Schnappschüssen Also ich finde ja eher so die spontanen Schnappschüsse, die so einfach aus einer Laune heraus sind Die haben dann doch was durchaus Authentisches, obwohl wie gesagt auch ziemlich viele tolle Studiofotos dabei sind Aber ich bin dann halt doch so ein Fan, eher so Aktionen und so aus dem Moment heraus Ja, also für mich muss dann einfach von dem Foto aus der Funke überspringen Und mir selber auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern Also wenn ich die andere Person jetzt auf dem Foto sehe, Lächeln sehe Da muss irgendwie was Positives und was Glückliches rüberkommen Sodass ich sage, ja, dafür entscheide ich mich jetzt Also wir freuen uns erstmal, dass wir so ein schönes Thema hier haben im Frühling Passt ja auch sowieso nach Cottbus in die Spreegalerie Wir haben das alles toll dekoriert und jetzt haben wir über 1000 Teilnehmer, die hier das Thema Lächeln mitgestaltet haben Und ich überlege mir immer, was steckt hinter diesen Menschen Also kommt es so von innen heraus, könnte das ein Typ sein, der zu uns passt, in die Lausitz passt Und kann der andere mit diesem Lächeln anstecken Damit auch jeder eine Chance hat, gibt es 5 Kategorien Kinder, Einzelporträt, Freunde, Familie und Liebespaar Zudem wird diesmal auch das beste Selfie gesucht Aus jeder Kategorie sucht sich die Jury dann ihre 3 Favoriten aus Eigentlich ist es jedes Jahr gleich schwer Es sind ganz interessante Leute Jedes Mal macht man sich Gedanken dazu Und hofft, dass dann der eigene Favorit nachher auch in die engere Wahl kommt Ich sag mal so, wenn da eine sympathische Person oben ist oder ein niedliches Kind Dann ist das völlig wurscht, was die Person anhat, wie die Zähne sind Also ist völlig egal Man muss halt merken, dass das so aus dem Herzen herauskommt, dieses Lächeln Das ist ganz egal, ob man die Zähne sieht oder nicht Die Jury trifft aber nicht alle Entscheidungen Auch diesmal gibt es wieder einen Publikumspreis Wer den sowie die anderen Kategorien gewonnen hat, erfahren wir am 30. April Dann findet in der Spreegalerie das große Finale des Lausitzer Lächelns statt An dieser Stelle drei Veranstaltungstipps Am morgigen Samstag heißt es wieder Guten Morgen Cottbus Dieses Mal mit Henry Crescini Im Hauptberuf persönlicher Referent des Oberbürgermeisters Holger Kelch Crescini interpretiert mit seiner Akustikgitarre Songs von den Beatles, Pink Floyd und anderen Bands Aber auch eigene Songs Los geht's morgen um 10 Uhr wieder auf dem Platz am Stadtbrunnen Für Nachtschwärmer gibt es für den Samstag noch einen weiteren Tipp Das Tesla Project lädt Fans von Cure bis Deepesh Mode ins La Casa zur Dark und Elektro Party ein Einlass ist ab 22 Uhr, der Eintritt ist frei Am Sonntag tanzen im Konservatorium Cottbus gleich sieben verschiedene Tanzgruppen Zu Ehren des ehemaligen Choreografen Helmut Winkelmann, der vor einem Jahr verstarb Die Tanzgala beginnt um 15 Uhr, auch hier ist der Eintritt frei Und damit nähern wir uns langsam dem Ende unseres heutigen Programms Hier aber schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf unsere Montagssendung Ja und wie es mit unserem ersten männlichen Kandidaten unserer Sendereihe Mein neues Ich weitergeht, das erfahren Sie wie gesagt am Montag Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende Vielleicht genießen Sie ja bei einem Spaziergang die Natur Und haben auch so eine interessante Begegnung mit Höckerschwänen Wie unser Zuschauer Rudolf Fischer am Glänziger Teich Man kann es eben nicht leugnen, es ist Frühling Sie erwarten Besuch, der Platz zu Hause reicht aber nicht aus Es muss nicht immer ein Hotel sein Probieren Sie doch eine Gästewohnung bei der EG Wohnen Ab 23 Euro pro Person bekommen Sie Küche, Schlaf und Wohnzimmer Alles komplett eingerichtet Ein Fahrrad können Sie bequem dazu mieten Probieren Sie es aus, unsere Mitarbeiter am Brandenburger Platz warten auf Sie Schönen guten Tag Wir kommen von Ihrem Kabelanbieter und Sie möchten hier mal rasch unterschreiben Sonst können Sie ab morgen leider kein Fernsehen mehr schauen Ja Halt! Unterschreiben Sie keine Verträge an der Haustür Reden Sie vorher mit uns Ihre Cottbusser Kabelgesellschaften Die Sinne Entfalten Ruhen In der Natur Spreewaldtherme Das Sohlebad in der Natur Halt! Unterschreiben Sie keine Verträge an der Haustür Reden Sie vorher mit uns Wir beraten Sie persönlich zu Internet, Telefon und Fernsehen in unseren Kundenbüros Ihre Cottbusser Kabelnetzbetreiber Oder Sie besuchen uns einfach unter internet-cottbus.de In der kommenden Nacht wechseln sich dichtere Wolkenfelder und lockere Bewölkung ab Es bleibt meist trocken Die Tiefstemperaturen liegen zwischen 2 und minus 1 Grad Achtung Bodenfrostgefahr Der Samstag beginnt wolkig und recht frisch Im Laufe des Tages zeigt sich öfter die Sonne Mit Temperaturen um die 11 bis 14 Grad Am Sonntag wird es erneut freundlich mit noch etwas mehr Sonne Das Thermometer erreicht Werte zwischen 14 und 16 Grad Am Sonntag wird es erneut freundlich mit dem Am Sonntag wird es erneut freundlich mit dem Am Sonntag wird es erneut freundlich mit dem Ich bin total begeistert und ich kann das nur jedem empfehlen Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern 100% natürlich Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus nor view em � w w w w Untertitelung des ZDF, 2020